Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zu unserer Bergwanderung von Aristoteles zur Stringtheorie. Wir hatten es uns ja schön bequem gemacht auf dem vorgelagerten Hügel der Quantenelektrodynamik, haben wunderbar den Ausblick genossen, aber es hilft alles nichts. Der Berg ruft, die relativistische Quantenfeldtheorie ruft und heute machen wir uns auf den Weg. Ich möchte vorweg eine Warnung aussprechen. Also sollte jemand heute das Gefühl haben, das ist komplett abgedreht, was der da macht. Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, nicht die Flinte ins Korn werfen. Es wird wieder wunderbar anschaulich werden. Ich wollte aber einmal diesen Formalismus heute präsentieren, so eine kleine Tiefbohrung setzen. Auch mal zeigen, woher kommt eigentlich die Quantisierung? Wo hält sie Einzug in diese Modelle? Wo ist das Pudels Kern in dieser Hinsicht? Weil ich mir ein noch besseres Verständnis vielleicht für die einen oder den anderen erhoffe. Ich schlage vor, wir legen jetzt einfach mal los. Wie so oft in der Grundlagenforschung, so standen auch zu Beginn der Quantenfeldtheorie erstmal unangenehme, unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel, wenn es Elektronen gibt, wenn es überhaupt Elementarteilchen gibt, warum sind die alle gleich? Das klingt jetzt banal, aber die Wechselwirken doch, da gibt es Streuungen, die stoßen machen und tun und die haben nie irgendeinen Kratzer, eine Schramme oder irgendeine Beule, irgendwas, was sie anders, nur eine Winzigkeit voneinander unterscheidet. Und wie können die so identisch sein? Woher wissen die Elektronen hier in der Milchstraße, wie diejenigen in der Andromeda-Galaxie aussehen? Um es mal überspitzt zu formulieren. Gibt es hier eine Blaupause, nach der die irgendwie gebaut werden und die teilen wir mit allen anderen Galaxien? Das war ein fundamentales Problem im Gesamtverständnis. Und die einfache, die unfassbare Antwort darauf ist die, es gibt diese unterschiedlichen Elektronen nicht. Sondern es gibt ein Feld, das nennen wir zum Beispiel Elektronenfeld, und das ist omnipräsent, das ist also überall im Raum. Und das, was wir vermeintlich an der Oberfläche jetzt als ein Elementarteilchen wie das Elektron identifizieren mit all seinen Eigenschaften, das ist in Wirklichkeit nur eine Anregung dieses Feldes. Und wenn es nur dieses eine Feld gibt im Universum, das überall ist, dann muss man sich auch nicht mehr darüber wundern, dass eine Anregung hier in der Milchstraße ein Elektron produziert oder etwas, was in einer gewissen Art und Weise aussieht und eine Anregung in der Andromeda-Galaxie und sonst wo im Universum auch als Anregung dieses überall vorhandenen Feldes eben dasselbe produziert. Das ist die verblüffende Antwort darauf. Und dieses Konzept, das wir jetzt im weiteren Verlauf kennenlernen werden, das ist das Beste, das wir bisher haben, auf der Suche nach einer Beschreibung dieser Welt. Bevor ich jetzt den Formalismus entwickle, brauchen wir irgendwas Griffiges. Quantenfeldtheorie ist im Prinzip nämlich eine ganz einfache Sache. Elementarteilchen sind Anregungen von Feldern. Wenn Sie zum Beispiel Fußballfan sind, dann ist das Thema schon durch für Sie. Da wissen Sie genau, wovon ich rede. Wenn Sie mal in einem Fußballstadion waren, dann haben Sie sicher mal Aola die Welle gesehen. Das heißt, die Leute dort, die befinden sich alle, sagen wir mal die Köpfe dieser Menschen, die befinden sich alle auf einem mittleren Niveau. Manche haben einen Sitzplatz, manche haben einen Stehplatz und manche liegen am Boden, weil sie vielleicht ein bisschen viel Alkohol erwischt haben. Manche springen vor Freude hoch, die sind dann ganz oben. Und es gibt so ein mittleres Niveau. Und an jedem Punkt, auf dieser, nehmen wir sie mir als flach an die Tribüne, in Wirklichkeit sind die ja so ein bisschen angeschrägt, dass jeder gut sieht, aber sagen wir mal, die wären flach. Dann hätten wir ein mittleres Niveau. Also ein schönes zweidimensionales Beispiel. Und dann würde jetzt irgendwo, an irgendeiner Stelle, würden Leute einfach mal hochspringen. Konzertiert. Die sprechen sich ab und sagen 3, 2, 1, hopp. Dann springen die Nachbarn dieser Personen hoch. Dann die Nachbarn dieser Nachbarn und Nachbarinnen oder wie auch immer. Und dadurch scheint sich jetzt im Stadion so eine Welle auszubreiten. Die dreht einmal fleißig die Runde und kommt wieder am selben Punkt an. Dort, wo die Initiatoren von Aola sitzen. Sobald der Nachbar von ihnen hochgesprungen ist und sich wieder hinsetzt, springen sie wieder hoch und setzen sich wieder hin. Dann passiert dasselbe, von wann ist es ein periodischer Verlauf. Und so kann es ein paar Mal die Stadionrunde drehen. Das ist pure Quantenfeldtheorie. Wenn Sie es nämlich aus großer Entfernung betrachten, dann sehen Sie hier irgendetwas über dieses Feldhuschen. Und das könnten Sie jetzt interpretieren als ein bestimmtes Teilchen. Diese Welle, die hier in einer gewissen Form periodisch auftritt. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Und der Formalismus, der ist auch schon eigentlich gegessen. Weil wir haben den Pfadintegralformalismus kennengelernt. Okay, der muss sitzen. Also wer das noch nicht gesehen hat, das... Okay. Sonst macht jetzt das, was ich hier erkläre, sehr wenig Sinn vermutlich. Da haben wir nämlich gesehen, wenn wir uns Gedanken machen, wie es von einer Quelle zu irgendeinem Punkt X geht, dann gibt es beliebig viele Wege, Pfade. Und jeder dieser Pfade hat eine Gesamtamplitude. Und diese Amplitude, die können wir jetzt ausrechnen, indem wir für jeden dieser Wege eine eigene komplexe Zahl, eine eigene Wahrscheinlichkeitsamplitude rechnen und die dann einfach alle aufsummieren. Eine komplexe Zahl war dieses E hoch I und dann die Wirkung in Einheiten von H quer. Und dann musste man die alle aufsummieren, und zwar über alle möglichen Wege. Und Wege waren festgelegt, dass es eben hier von Q nach X geht. Man macht hier üblicherweise noch so ein geschwungenes D, um zu kennzeichnen, dass man hier nicht über Werte integriert, sondern wirklich über Wege. Wir haben also für jeden dieser Wege einen Pfeil. Und der hat eine Länge und einen Winkel. Und diesen Winkel, den haben wir gekriegt, hier ist die Wirkung, und die Wirkung ging jetzt natürlich ab vom Weg. Und dieser Winkel, der war dann gegeben, ist ja eine komplexe Zahl, diese Geschichte. Also E hoch I und dann kommt eben dieses Phi. Also Phi ist dann praktisch nur dieser rechte Teil. S durch H quer. Also die Wirkung entlang dieses Weges in Einheiten von H quer. Das ist jetzt dieser Winkel. Das war's. Und genau das Gleiche, völlig analog, machen wir jetzt für Felder. Jetzt haben wir natürlich keine Punkte mehr. nicht von einem Punkt zu einem anderen, sondern wir nehmen eine gesamte Feldkonfiguration. Das heißt, wir schauen uns das Feld an, so wie es zum Zeitpunkt T1 ist. Und dann lassen wir irgendwas Wildes passieren, so wie wir entlang dieser Pfade auch alles möglich und zugelassen haben. und dann summieren wir wieder auf. Das ist die ganze Überlegung. Also, hier oben kriegen wir jetzt eine Amplitude neu und zwar dafür, dass ein Feld in einer gewissen Art und Weise startet und in einer gewissen Art und Weise endet. Und damit es nicht komplett anarchisch hier zugeht, versuchen wir Leitplanken zu setzen. Physikalische Leitplanken. Wir dürfen aber jetzt hier auf keinen Fall mit irgendwelchen Regeln kommen. So aller Einfallswinkel ist Ausfallswinkel oder so, sonst müssen wir am Ende wieder diese unangenehmen Fragen beantworten. Ja, woher kommen denn diese Regeln? Wir lassen also alles zu, erinnern uns aber daran, dass wir jetzt, was haben wir denn eigentlich vor? Dass wir von der Quantenmechanik hin wollen zu einer relativistischen Theorie, zu einer Lorenz-Invarianten-Theorie, so ähnlich wie wir von der Mechanik zur speziellen Relativitätstheorie kommen, so wollen wir jetzt von der Quantenmechanik zur relativistischen Quantenfeldtheorie. Deshalb müssen wir die Grundannahmen der speziellen Relativitätstheorie einhalten. Und eine fundamentale Geschichte, ich erinnere an das Video e gleich mc². Dann haben wir gesehen, das ist im Allgemeinen falsch. Was im Allgemeinen passt, ist e² ist m² c hoch 4 plus p² c². Diese Gleichung, wenn man die Vertauschungsrelationen einsetzt, führt auf die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung und die Lösungen dann sind ebene Wellen. Das haben wir alles schon kennengelernt. Alles beschreiben wir in dieser Welt mit diesen Wellengeschichten. Warum? Weil wir hier als Lösungen diese ebenen Wellen erhalten. Das ist eine ganz wichtige Leitplanke, die wir hier setzen können. Wir überlegen uns also, wie ist die Amplitude, wenn ich ein Feld habe, in einer Konfiguration, die eine ebene Welle darstellt. Also ich habe hier eine ebene Welle. Ich nenne die mal ebene Welle von T1. Und da will ich jetzt alles zulassen, völlige Anarchie, und weiß aber, wo ich hin will. Ich habe eine periodische ebene Welle. Das heißt, ich muss wieder mit einer ebene Welle enden zu einem Zeitpunkt T2. Und diese Amplitude, die ist natürlich jetzt nicht gegeben in Form von irgendwelchen aufsummierten Wirkungen entlang eines Pfades, sondern entlang von Feldkonfigurationen, die wir hier zulassen, zwischendurch. Das kann ein bisschen ruhig abgehen, das kann wild abgehen. Das heißt, hier kriegen wir jetzt statt dieser Wege, wir integrieren auch nicht mehr über den Weg, statt dieser Wege, na, kriegen wir jetzt Feldkonfigurationen. Das war es schon. Das ist die ganze Geschichte. Mehr ist das nicht. Das heißt, ich nenne diese Feldgeschichten hier mal Groß V und dann müssen wir hier natürlich auch integrieren über V und dann hängt diese Wirkung natürlich von hier auch hier von V und das bestimmt dann wieder diesen Winkel. Wir kriegen wieder eine Amplitude für jede mögliche Geschichte, wie wir von einer Ebenenwelle zum Zeitpunkt T1 zu einer Ebenenwelle zum Zeitpunkt T2 kommen, nur dann ist es eine periodische Lösung. Basta. Jede dieser Amplitude wird charakterisiert durch eine komplexe Zahl. Die komplexe Zahl wird einen Winkel haben, der wieder von der Wirkung abhängt. Und hier haben wir wieder diese Geschichte, die hier zwischendurch passiert. Und das, was hier passiert, das kann halt jetzt wilder oder weniger wild sein. In Abhängigkeit der Energie. Ist ja klar, ganz wilde Geschichten brauchen mehr Energie. Wenn ich also hier immer höher, höher, höher in der Energie werde, wird sich der Pfeil immer weiter, weiter drehen und drehen und drehen. Wichtig ist aber, und das ist jetzt, also das, ganz wichtig, die Amplitude, dass wir bei einer Ebenenwelle starten, mit unserem Feld, was immer dann passiert, und periodisch, also mit einer Ebenenwelle zum Zeitpunkt T2 enden, diese Amplitude, die muss 1 sein, damit wir hier wirklich eine Lösung haben dieses Problems, das hier auf Ebene Wellen führt. Periodische Ebene Wellen. Das muss also 1 sein. Und was heißt 1? Das ist ja eine komplexe Zahl. Wenn ich das jetzt hier in der komplexen Zahlenebene zeichne, also hier waren irgendwie die Is und hier die Zahlen aufgetragen, also der Realteil und der Imaginärteil, dann nehmen wir diesen Pfeil und 1 heißt genau hier. Wenn er jetzt die Länge 1 hätte, dann müsste der Pfeil hier genau so liegen. Wenn ich aber jetzt irgendwas zulasse, was einen Ticken wilder ist, wenn ich ein bisschen mehr Energie in dieses System hineinpumpe, ein bisschen mehr zulasse, was passiert dann mit dem Pfeil? Der Winkel hängt ab von der Wirkung dieser Konfiguration, die jetzt mehr Energie trägt. Das heißt, mehr Energie, der Winkel wird größer. Wir kriegen also jetzt meinetwegen sowas. Das ist hier nicht mehr die 1, sondern das ist hier irgendwas anderes. Auch eine komplexe Zahl. Tolle Geschichte. Nur nicht 1. Wir wollen aber nur die 1. Nur die 1 heißt, dass wir eine periodische Lösung haben und nur das kommt hier in Frage, wenn wir die spezielle Relativitätstheorie einhalten wollen. Okay, die Energie steigt schon, steigt nun, steigt. Der Pfeil dreht sich, dreht sich, dreht sich. Was haben wir aber für eine Möglichkeit, um wieder die 1 zu bilden? Wir werfen so viel Energie ins System, dass wir uns einmal rumgedreht haben, dann sind wir wieder bei der 1. Diese Amplitude, die trägt wieder bei. Das ist wieder eine periodische Lösung, weil wir wieder diese Amplitude haben, die genau 1 ist. Natürlich jetzt mit einer anderen Konfiguration zwischendrin. Und was kriegen wir jetzt hier? Das ist wirklich, das ist einfach zum Niederknien schön. Wir nehmen mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie. Wir erhalten nicht das, was wir wollen. Ist alles wertlos, hilft uns nichts. Ist keine Lösung unseres Problems. Und jetzt haben wir wieder die Lösung unseres Problems. Bei einer höheren Energie. Wie hoch muss die Energie jetzt sein, damit wir wieder eine Lösung kriegen? Wir brauchen diese ursprüngliche Energie. Das war ja alles ausgedrückt mit dieser Lagrange-Dichte letztendlich. Und wir brauchen hier 2 Pi Vielfache von dieser Geschichte. Wir müssen immer eine ganze Umdrehung gemacht haben. Und das das liefert völlig natürlicherweise eine Quantisierung. Hier an dieser Stelle mit dieser Überlegung wird unser Feld in seinem Wirken quantisiert. ganz viele wir haben eine Lösung dann gibt es ja ganz viele Konstellationen die sind halt nichts und erst bei der nächsten vollen Energieportion wenn man so will bei dieser erfolgreichen Quantisierung ist es wieder eine Lösung. Also um bei unseren Photonen zu bleiben hätten wir ganze Vielfache von H mal Nü beispielsweise. Wir können also diesem Photonenfeld nur Energiepakete entnehmen die ganzzahligen Vielfachen von H mal Nü entsprechen. und wir können in einem Elektronenfeld nur Pakete entnehmen nur Wechselwirken oder was auch immer in Form von quantisierten Portionen und diese quantisierten Portionen identifizieren wir als die Elementarteilchen die hier zugehörig sind. Das ist also boah was soll man noch zu sagen. Völlig natürlicherweise aus diesem Formalismus heraus mit einer kleinen Leitplanke ansonsten völlige Anarchie die wir hier zulassen kommen wir zu einer Quantisierung. Das ist so ähnlich wenn Sie sich erinnern wie wir bei der Schrödinger Gleichung das Problem hatten dass wir einen gewissen Verlauf zeichnen konnten der aber nur bei einer bestimmten Energie wirklich von Null beginnen wieder bei Null enden konnte. Hatten wir einen eigenen Beitrag dazu gemacht wenn Sie das nicht mehr parat haben. Hier sieht man wunderbar die Quantisierung wie sie Einzug hält in diese Welt in dieses Modell und man nennt diese Erkenntnis die zweite Quantisierung um sie abzuheben von dieser Quantisierung die jetzt Planck eingeführt hat mit seiner Konstante in der Quantenmechanik also andersrum könnten wir uns die Frage stellen ja dann verringern wir halt hier mal die Wirkung immer weiter 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 wie weit können wir gehen ist auch eine interessante Frage wir verringern die Wirkung die diese beliebige dieser beliebige Übergang von hier nach da mit sich bringt und dann wie weit können wir herunter gehen Minimal hätten wir 2pi h quer durch dieses h quer ja warum weil wir 2pi wollen das war doch die minimale Geschichte einmal 2pi um wieder hier zu landen wir könnten ja hier zweimal 2pi dreimal 2pi und so weiter machen aber die Minimalkonfiguration war eben diese Geschichte hier das h quer kürze ich mich weg dann bleibt dieses 2pi wenn wir aber jetzt die Wirkung betrachten und die soll 2pi mal h quer sein h quer war doch gerade das Planck'sche Wirkungsquantum durch 2pi dann bekommen wir hier natürlicherweise für die Wirkung das Planck'sche Wirkungsquantum das ist der Clou hier hält die Quantisierung Einzug das ist wirklich naja jetzt haben wir noch ein paar Überlegungen die wir anstellen können zum einen natürlich gibt es hier irgendwas was wir noch logisch an Leitplanken setzen können jede beliebige Funktion also jedes beliebige Chaos von einer ebenen Welle zu einer ebenen Welle Foyer lässt grüßen können wir beschreiben durch unendlich viele Überlagerungen solcher ebenen Wellen das ist hier die Überlegung was auch immer hier dazwischen passiert es gibt ein paar ganz pathologische Ausreißer also sie dürfen jetzt nicht irgendwie komplett springen von minus unendlich nach plus unendlich oder sowas dann haben sie Probleme Foyer das war ja diese Geschichte mit periodischen Funktionen unter der Voraussetzung dass sie Stetigkeit haben und solche Sachen stetig heißt einfach nur sie können jede beliebige Funktion abbilden die sie in einem Strich zeichnen können das wäre Stetigkeit sobald sie irgendwo nach minus unendlich müssen und absetzen damit sie bei plus unendlich ansetzen können dann klappt das nicht aber solche Geschichten erwarten wir nicht in dieser Welt überhaupt erwarten wir eher glatte Verläufe auch eher genügsame Amplituden aus dem ganz einfachen Grund weil es eine Tendenz gibt die wir beobachten hin zu niedrigen Energien und alle Schwankungen die ausgeprägter diese Amplituden sind die ja letztendlich in Verbindung stehen mit der Intensität oder der Energie je wilder es zugeht umso unwahrscheinlicher wird es ganz einfach und diese ganz wilden Geschichten die interferieren sich hier dann auch wieder weg das ist ja das Schöne und Fourier hilft uns jetzt hier alles zulassen zu können machen wir verschwenden keine Sekunde einen Gedanken darauf was hier wirklich passiert solange es stetig ist stellen wir es einfach da mit solchen ebenen Wellen fertig also wenn wir erst mal Amplituden haben dass eine ebene Welle am Anfang steht und eine Ebene Welle am Schluss steht ist das Thema gegessen können wir uns genüsslich zurücklehnen und sagen okay Quantenfeld mach mal was du willst zwischendurch also es gibt hier einen Ansatz mit Sparsamkeit wegen der Energie und ich wollte noch eine Sache so als rausschmeißer ich wollte noch auf eine Sache hinweisen um das nochmal ganz ausführlich hier zu machen dieses Vieh ist natürlich in Wirklichkeit abhängig jetzt von Ort und Zeit ich habe jetzt hier nur x für den Ort allgemein das wäre natürlich eigentlich x y z für die drei Raum Koordinaten also ganz allgemein hängt es von den Raum Koordinaten ab und von der Zeit Koordinate entsprechend hier genauso natürlich auch hier hängen wir ab vom Raum und von der Zeit entsprechend hier genauso alles was wir machen müssen wir machen uns eine klare Vorstellung davon dass ein solches Quantenfeld an jedem Punkt im Raum zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Wert hat und nirgendwo nirgendwo in dieser Überlegung haben wir uns darauf beschränkt dass es hier drei Raum Koordinaten sind und eine Zeit Koordinate es hätten auch zehn Raum Koordinaten sein können und eine Zeit Koordinate nur dass ich das schon mal gesagt habe Elementarteilchen lassen sich also beschreiben als Anregungen von Feldern von zugrunde liegenden Feldern omnipräsenten Feldern und messbare Teilchen erfüllen diese Bedingung ganz wilde Konstellationen gibt es auch die interferieren sich aber weg auf sehr kurzen Skalen wie wir das schon kennen vom Pfad Integral Formalismus interferieren sich die nicht alle weg da gibt es dann auch Teilchen die diese Bedingung nicht erfüllen die nennen wir virtuelle Teilchen aber dazu kommen wir nochmal detaillierter auch möchte ich schon mal auf eine Sache hinweisen wir haben bei der Quantisierung gesehen dass wir den Pfeil ab einer kompletten Umdrehung betrachten wir haben nicht bei der Null begonnen also das was wir Vakuum nennen werden das müssen wir uns nochmal sehr genau anschauen dazu wird es ein eigenes Video brauchen messbare Teilchen Elementarteilchen sind also Anregungen von Feldern von omnipräsenten Feldern für jedes Elementarteil ein eigenes Feld jedes Tierchen sein Pläsierchen gewissermaßen da gibt es ein Elektronfeld ich nehme das jetzt hier mal zweidimensional natürlich denken wir es uns im Raum verteilt und so ein Elementarteilchen wäre jetzt eine Anregung dieses Feldes an einem bestimmten Punkt und diese Anregung die könnte sich jetzt in diesem Feld einfach ausbreiten Aola die Welle und könnte dann von außen betrachtet als Elementarteilchen interpretiert werden diese Anregung dieses Feldes das piekt hier an einer bestimmten Stelle offensichtlich in seiner Eigenschaft in dieser Feldkonfiguration das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich Achtung weil diese Decke und diese Geschichten das ist zweidimensional und die Welt wie wir sie uns vorstellen diese Felder die sind eben im Raum dreidimensional trotzdem möchte ich es gerne auf diese Art und Weise visualisieren weil ich hoffe dass sie damit besser klarkommen im Verständnis jetzt wie solche Felder wechselwirken werden da gibt es Austausch Bosonen und wie dann innerhalb der Felder solche Anregungen verlaufen es ist nur ein Versuch ihnen eine Vorstellungshilfe zu geben immer mit der Warnung versehen dass es natürlich ein zweidimensionales Analogon ist und wir in Wirklichkeit es mit dreidimensionalen Feldern zu tun haben sollte das heute ein bisschen wild gewesen sein überhaupt kein Problem nächste Gelegenheit wahrnehmen ins Stadion gehen ein Fußballspiel anschauen Aola die Welle live erleben und alle Ungereimtheiten werden sich in Luft auflösen Apropos Ungereimtheiten am Ende dieses Videos da hätte ich jetzt meine Bitte normalerweise sind ja wir diejenigen die jetzt versuchen Fragen zu beantworten in den Kommentaren heute hätten wir mal eine Frage wir haben nämlich jetzt seit ungefähr zwei Jahren schreiben wir an diesem Buch zu dieser Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie und hängen immer wieder unser Herzblut rein und formulieren um und machen und tun und im Herbst soll es jetzt so weit sein dass es endlich rauskommt und jetzt müssen wir ein Cover designen und weil jeder immer wieder sich hundertprozentig identifiziert mit diesem Projekt hat jetzt jeder wiederum einen Entwurf gemacht für das Cover und wir werden uns intern gar nicht mehr einig welcher Entwurf jetzt eigentlich der bessere wäre und da war meine Idee lasst einfach mal die Community fragen stellen wir einfach mal unsere Entwürfe so zu einer Misswahl gewissermaßen auf unsere Webseite und bitten die Leute dass sie doch darüber abstimmen deshalb gibt es jetzt einen roten Balken auf unserer Webseite urknallweltallleben.de und da können sie direkt zur Coverwahl und und dann einfach das Cover ihrer Wahl markieren das würde uns helfen ein Gefühl zu entwickeln wo die Reise denn letztendlich hingehen soll und ich bin selber wir sagen natürlich jetzt nicht von wem welcher Entwurf ist das könnte sich nur beeinflussen ich bin jetzt wirklich neugierig was dabei rauskommt und vielen Dank schon mal im Vorab für ihre Zeit